Maximilian Matera der Weltkart für das ATP-Turnier am Stuttgarter Weißenhof erhalten. Das gab der Veranstalter am Mittwoch bekannt. Der 22 Jahre alte Matera wird damit für seine starken Leistungen belohnt, die er zuletzt mit dem Einzug in das Achtelfinale der French Open in Paris gezeigt hatte. Matera ist aktuell neben Philipp Kohlschreiber, Peter Gojowczyk, Mischar Zverev und Jan Lennart Struf. Bis 17. Juni, Federer an Position 1 gesetzt, top gesetzt ist der 20-malige Grenz-Slam-Champion Roger Federer Schweiz, vor dem französischen Titelverteidiger Lucas Puglie. hơn 100 Minuten. Der 20-jährige Grenz upset ist die Zeit ar Tombenfuer und tandem Mitkwung lighten.